Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Internet Exchange Points. Internet Exchange Points sind sozusagen die Möglichkeit, wir hatten uns letztes Mal Peering angeguckt. Also Peering bedeutet, ich möchte zwei unterautonome Systeme, wenn ihr jetzt gerade absolut nur Bano versteht, würde ich euch bitten in die Playlist zu gucken. Das heißt, wir hatten hier gesagt, wenn zwei autonome Systeme hier auf Schicht 2 oder Tier 2, wie man es eigentlich nennen sollte, miteinander eine Kooperation machen und sozusagen Traffic hin und her schicken, ohne dass sie hier über Schicht 1 gehen, weil das was für sie kostet, dann nennt sich das Peering. Jetzt gibt es auch sowas wie Public Peering und das ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass wir einfach sehr sehr viele Schicht 2 Netze hier unten haben. Das heißt, wir hatten hier das Problem, Achtung, das sind jetzt alles Schicht 2, das heißt, wir sind hier nur auf dieser Ebene und ich male das mal gerade so hier hin. Wir hatten hier das Problem, dass wir vielleicht nur drei Stück haben. Dann kann man das noch so gut machen, die beiden kooperieren miteinander, die beiden kooperieren miteinander und die beiden, upsala, das war eine Wolke, die beiden kooperieren auch miteinander. Ja, das kann man machen, aber wenn es 100 Stück sind, dann haben wir wieder mal das Problem, wie bei vollvermaschten Netzen. Ihr erinnert euch aus ein paar Videos vorher, schon einige Videos her, ich weiß, wenn wir hier ein vollvermaschtes Netz brauchen, dann braucht jeder zu jedem ein Kabel. Das ist teuer und sehr sehr unpraktisch. Und deswegen hat man sich gedacht, hey, lass uns doch da auch eine Sternarchitektur entwickeln. Und was man dann eben gemacht hat, ist, man hat ein sogenanntes Content Delivery, äh Quatsch, Internet Exchange Point eingerichtet. Ich wollte noch gucken, ob ihr auch aufpasst. Und dieser Internet Exchange Point steht sozusagen in der Mitte und jedes Tier 2 AS ist da dran angeknüpft. Also, nicht jedes, aber man kann sich da sozusagen dran anknüpfen. Man bezahlt nur so viel normalerweise, wie auch wirklich nötig ist. Das heißt, wir haben vielleicht einfach eine Kostenersparnis, als wenn wir hier oben Schicht 1 benutzen oder Tier 1 benutzen müssen. Ähm, und diese Content Delivery, ha, ich sag's schon wieder, Internet Exchange Points, die sind wirklich, ähm, sehr sehr schnell. Warum sind die so schnell? Weil sie nur auf Schicht 2 operieren. Das heißt, hier drin sind ausschließlich Switches, Brücken und hauptsächlich Switches eigentlich verbaut und keinerlei Router von Schicht 3. Ähm, das bedeutet auch, dass das Ganze wirklich sehr zügig durchgeht und auch irgendwie nichts wirklich verwaltet werden muss. Das heißt, der weiß sofort, ah, wenn da was kommt, dann geht's da weiter. Und der größte steht tatsächlich sogar in Deutschland. Das ist der D-Zix oder D-Kix, wie man ihn eigentlich nennen soll. Ich find D-Zix besser. Ich werd ihn D-Zix nennen, sorry. Ähm, da stehen, da sind tatsächlich mittlerweile 500 oder mehr als 500 autonome Systeme dran angeschlossen an den D-Zix. Und, ähm, ja, mittlerweile aus, glaub ich, über 55 Ländern. So, und jetzt kommt's. Jetzt, jetzt mal eine richtig große Zahl. Die können da mit Lasten umgehen bis zu fast, oder ungefähr 15 Terabit die Sekunde. 15 Terabit die Sekunde. Lasst es mal bei euch auf der Zunge zergehen. Das ist echt brutal. Ähm, man hat eigentlich nicht wirklich so eine hohe Last. Man kann nur mit so viel Last umgehen, weil man irgendwie damit rechnen muss, dass es vielleicht mal einen Peak gibt. Also, was bedeutet ein Peak? Ein Peak heißt, auf einmal wollen alle miteinander kommunizieren und ansonsten wollen sie alle nicht miteinander kommunizieren. Peak ist zum Beispiel immer Samstagabends oder Freitagabends, wenn, oder Sonntagabends, wenn dann alle mal gerade frei haben und dann sich denken, hey, lass doch mal einen Film gucken. Ich gucke mir den über Netflix an oder sowas und, ähm, dann, ja, braucht man halt auch etwas mehr Last als zum Beispiel morgens an einem Montag um 4 Uhr nachts. Da ist die Last natürlich relativ niedrig. Ähm, ja. Aber ganz besonders krass ist es immer, wer hätt's gedacht, um Silvester rum, weil dort irgendwie alle miteinander kommunizieren wollen. Und ungefähr um 0 Uhr ist da eine unglaubliche Last und deswegen haben die da auch wirklich die Möglichkeit, 12 oder 15 Terabit die Sekunde zu verkraften. Genau. Und nur so, um das Ganze zu demonstrieren, in den letzten, ähm, 5 Jahren hat sich auch der Traffic bei den DZX verfünffacht. Das heißt, es sind so viele neue Provider dazugekommen und es wurde so viel mehr Content abgerufen, dass wir tatsächlich 5-faches an Leistung verbraucht haben, was eigentlich schon aussagt, wie das Internet immer noch am Wachsen ist. Ich hätt's eigentlich nicht gedacht, dass es immer noch so krass wächst. Aber egal. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich eher so ein bisschen Gelaber. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ganz gut gefallen und ihr habt jetzt eine Ahnung, was wir hier tatsächlich im Internet alles finden können. Und, ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Nächstes Mal fangen wir dann höchstwahrscheinlich an mit diesen ganzen Dingern hier. Also wir werden uns ein EGP und ein IGP angucken, die dann hauptsächlich verwendet werden. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um Familien von Protokollen und wir werden uns die anschauen, die besonders berühmt sind. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.